Ich habe mich keine wahnsinnige Runde gefreut und dann schrieb meine Mutter mir, jetzt kann man draußen duschen. Hier nicht, aber es wurde schon dunkel. Ich habe ja gleich die Windenwetter raus, aber es ist wirklich sehr starker Regen. Ach, Mann, oh. Ist da jemand? Ja. Blöd. Pünktlich zum Feierabend fängt es mir an zu schönen. Heute Morgen hat es schon geregnet, inzwischen ist es sogar ein bisschen sonnig. Vor einer halben Stunde oder so war es sonnig gewesen. Aber ich dachte so, ah, super. Dann gehe ich einen Sonnenschein raus. Ja, ist der Po zu krumm. Mist. Und eigentlich ist heute in der Membership Coworking. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es heute machen möchte. Muss ich nur gucken. Um 15 Uhr nachher werde ich sehen, wie ich jetzt lustig bin. Im Moment bin ich da eher unlustig zu. Aber gut. Ich habe zumindest schon mal den Vlog gerade geschnippelt. So, ansonsten machen wir Regen, ne? Ähm, zwei Tage zusammengefasst. Ja, passiert ab und zu mal. Ich glaube ja auch, dass dann... weiß ich gar nicht. Na ja, gut. Der Sonntag ist persönlich geblockt. Da habe ich ja ein Schnitzel gedreht. Wow. Ja. Guck mal. Ja, hebt doch nicht gleich ab hier. Na gut. Dann mache ich immer hier weiter. Gucke, was ich sonst so machen kann. Ich schenke erstmal Musik einmachen. Wenn ich schon nicht rausgehen kann. Glaube, die Küche und ich sind heute keine Freunde. Erst vergesse ich heute die Pizza im Ofen. Jetzt vergesse ich, dass mein Kaffee fertig ist. Was ist da heute los mit mir? Hm, 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 hm. Spaß ist nicht. So. Zack. Zack. Da ein paar Krümels Zucker rein und dann ist es schön. Heute mal kein Pumpkin Spice. Das hatte ich gestern. Brauche ich nicht jeden Tag. So, zack. Und... Nein, ich dachte schon... Uuuuh, Alter, das ist ein bisschen schwierig. Aber gut. Ja. Hm. Er muss wieder ins Lager. Er hat auch wieder eine Vermietung. Am Wochenende ist es ganz, ganz knüffelig aus bei ihm. Er ist knüffelig, aber er hat dann viele Vermietungen. Ich weiß nicht, wie viele. Viele. Sehr viele. So. Okay. Ich muss die Milch in den Küchlein stellen. Köpfe mich schon sauer machen. Kaffee trinken. Ich sitze schon wieder hier und gucke auf diesen Fernseher. Ja. Moment. Ich bin bei Staffel 2, Folge 5. Hm. 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 Ich muss das ja auslösen, bis wir das noch haben, nicht? Also, ich muss mich ja beeilen. Leider läuft vieles anders dadurch liegen. Aber ich komme hier nicht weg. Ich habe einen Plan. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ich muss mal ganz kurz hier. Wo ist denn der Daumen geblieben? Der Daumen ist weggelaufen. Wo ist der Daumen geblieben? Da. Sniff. Alles klar. Ja. Am Wochenende steht mir was an. Eigentlich sogar zwei Sachen. Samstag und Montag, wo ja frei ist. Aber danach habe ich Urlaub. Samstag hat mir Spieletag angesagt. Mit dem und wo sage ich noch nicht. Hehehehe. Und Mittwoch-Montag ist quasi das Klassentreffen 2.0 angesagt. Mit ein paar Leutchen bloß. Weil eine war ja nicht bei. Also eigentlich war zwei nicht bei. Aber... Wenn man sowieso, waren viele mehr nicht bei. Aber zwei, die nicht konnten. Und eine kommt jetzt am Wochenende nach Berlin. Und dann treffen wir uns mit ihr. Aber eben nur im Kleustkreuz. Genau. Im gleichen Eiskaffee. Hm. Genau. Und dann habe ich frei ganze Woche Urlaub. Ist das nicht schön? Ich freue mich so sehr. Ja. Dann freue ich mich wirklich. Urlaub. Na gut. Ich kann den Titel dieser Folge nicht mal lesen. Das ist irgendwas Spanisches. Ich kann kein Spanisch. Das erkenne ich nur in diesem Titel über dem N. Das ist Spanisch. Okay. Alles gut. Ich gucke jetzt weiter. Ich habe meinen Kaffee da stehen. Wo ist er? Äh. Kaffee? Da. Da steht mein Kaffee. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe auch schon ein bisschen Lektorat gemacht. So ist es nicht. Ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen. So ist das. Ich suchte dann mal hier weiter. Ich habe es endlich geschafft, den Post zu machen auf meinem Instagram-Account. das tatsächlich ja, ähm, zum einen Account keine Tourenkonten mehr folgt. Und schwuppdiwupp. Schon zwitschenden noch ein paar Monate rüber zum anderen Account. Zu meinem neuen. Vielen, vielen Dank dafür. Ist der Wahnsinn! Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es ist toll. Ich freue mich sehr. Jetzt muss ich das Handy wegpacken. Eigentlich. 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 Schon wieder vier neue. Wahnsinn! Dankeschön. Es freut mich wirklich sehr. Ich kann es auch verstehen, wenn der andere Account natürlich weniger Follower hat. Wenn man das eine nicht mehr gucken möchte oder so. Alles kein Problem. Aber ich freue mich gerade total. Ich weiß, Follower ist nicht alles. Aber das heißt natürlich, dass man wirklich daran interessiert ist, wenn man von dem einen Account zum anderen Account switcht. Und das ist dann doch schon mehr wert als einfach nur Follower. Bin ich der Meinung. Ja. Wollte ich nicht mal gesagt haben, dass sie mich darüber sehr freuen. Und jetzt gucke ich die siebte Folge. Ich habe schon was anderes gemacht. Ich habe schon aufgeräumt. Ich werde nach der nächsten Folge die Küche machen. Alles kein Problem. Ich habe alles im Griff. Glaube ich. Danke, danke. 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 Danke.